der ist nur gut für Tore du wolltest versuchst mit Holzsacke abzubauen ja und geht die Tür öffnet damit das liegt hier oben hast du einen Scheiter gefunden Tiger ja ich habe aber Manten und Brot gefunden holy shit wie will der Mann haben wir es eigentlich und ich habe auch die Reden haben nur 3 was ist komm ich komm ich komme ach guck mal auf jeden Fall in den kompletten Raum gesehen wie geil ich war hier schon aber hier kommt ihr an wo ich auch Prozent das ist unfair bei mir hat der Schanke nicht geladen Not 3 der Apple in der Mitte Blackmail aus dem Stubi enttiecht der Schellis das schweiz die Schalki smell of dust der es ist ein es ist eine Beide von finder way and want using the small amount of light coming Kreml auf und mit der Scheißdruhe coming from the candidates on the wall der Mann hast du gefunden 8 der Haus ist very old and a shit ein Tiger Arche Tektor ist in a style you have never seen before back home. An add a note text to one of the share suites. Dear Sir, the current state of the renovation work in my dining hall is quite frank, frankly, inappropriate. Alter, die Wörter kenn ich ja noch gar nicht. I demand satisfaction or I will be talking my business elsewhere. Next time I think you're using my best table cloth as a paint drip sheet. You better think again. We got the early bull boot. Suddenly you hear a noise. A hutched thump comes from upstairs. I think it's time to investigate. Alles klar. Also wissen wir, was wir zu tun haben. Noch umgehen. Also wie viele Demanten hast du jetzt, Tiger? Das war die Türen, ne? Ich suche mal nach Kisten. Jo, das war die Tür. Hallo, Antwort bitte. Wie viele Diamanten hast du? Ich. Tiger. Ich einen Diamanten. Wie für das 2. Hey, was haben wir gerade gelesen? Welche Datei? Note 2. Gut, weil hier ist schon, read Note 5. Ich habe Note 4. Okay, nochmal lesen. Hammergeil. Boah, geht doch schnell. Der Haus seems to be infested with undead. What kind of place is this? What the hell happened to it, for it fall appeared like this. Thankfully the owner of the house seemed to be quite wealthy and a collector of anti-kai armor and weapons. You equip yourself with armor and weapons just in case you run into any other full beasts. Perhaps you should check the rest of the house. Okay, wir sollen den Rest des Hauses checken. Wo ist denn deine Note 5? Ja, ich wette mal, dass der Scheiter dafür ist, ne? Read Note 5. Oh Gott, ey. Ich hasse mein Leben, Alter. Manchmal hasse ich das wirklich. Du hängst gerade in der Kippe. Schadegar, ich will nur vorlesen. Hey, guck mal, ob sich die Tür öffnet. I tend to your wounds as a rest from the epic battle you have just encountered. The chest contains more armor and weapons as well as something minecarts. Very interesting. You think I didn't see any cracks around here. Perhaps with lies behind the locket door in the basement will give me answers. Open using the lever you heard a faint nose of the door unlocking. Oh, ja. Hier unten ist schon Read Nummer 6. Ja gut, ich komme, ich muss ja wieder vorlesen. Ja. Wo kam eigentlich die ganze Zeit dieser Sound-Ther? Dieser was? Da ich höre hier irgendwo ein Fall in der Zwischen. Mein, mir auch. Äh, weil irgendjemand damit rumschießt, der wird ja auch geschaltet. Ja, die sind auch rausgeschaltet, weil der da nichts von erwähnt hatte. Irgendwer hat sich gerade drum geschossen. Ich habe noch meinen Betracht, aber ich kann es nicht sagen. Holzblock. Ey, könnt ihr mal warten, bis ich vorgelesen bin. Er hat mich eingeschoben. Ja, ja, mach mal eben auf hier. So, komm raus. Oh. Heu, 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 heu. Du sollst hier rauskommen. Verdammt mich. Alter. Hallo, komm raus. Rafa. Du hast jetzt nicht die Sachen gesnackt, ne? Nein. Das ist gut. Gut, jetzt muss ich noch mal die Sachen gesnackt. Okay, jetzt muss ich noch mal die Sachen gesnackt. Finding the way out of snow, your number, one objective. This house has given you nothing if but more questions that needed answers. Maybe you should have waited by the plane for help. Is it too late? Gut, äh, links oder rechts? Rechts. Oh mein Gott, du rechter. Ey, da kann man rüber springen. Komm wieder. Du hast hier die Sachen gesnackt. Hier schnackt. Was ist denn das? Wenn man etwas isst oder jemand anderem wegsnackt. Ach so, snackt. Ja, snackt. Hm, jetzt krieg ich Hunger. War ja klar. Ey, wie seid ihr jetzt hier hochgekommen? Hallo, wie seid ihr hier hochgekommen? Wie bist du da runtergekommen? Hier außen rum. Da wurde der Weg geblieben. Ey, du musst doch nicht da lang. Hier. Äh, wie jetzt? Wolland? Ja. Hier, komm mal her. Oh, ja, super krassend. Ach, ja. Zwei Diamonds zu Ort. Ach, leck mich doch. Da war aber kein Minecraft. Du weißt aber, dass wir uns keine... Hast du dir die Sachen gekraftet? Nein, die... Da ist noch eine Droh drin. War nur zwei. Das war eins, ja. Die Türschel mit diesem Aufgang. Würdest du haben? Ne, ne, schon mein eigenes. Ah, okay. So. Dann go. Boah, ich hab grad voll Bock irgendwie zu singen. Und da steh ich. Nein, ich kann nicht. Soll ich? Du bist nicht Johnny's Next Hopmodel. Doch bin ich. Moment. Ja, hallo, bin wir zurück. In der Küste. TNT und... Ja, was haben wir, wo damit hochhören? Ähm, vielleicht anders Feuer? Liest du erstmal Datei 8. Nein, 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 noch nicht. Erstmal ablesen. Ja, 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 stimmt. Hey, warte mal in der 2.8. Waaah! Ich brenne! Ich komm nicht mehr raus! Hol ich mich jetzt raus! Wie denn? Haha, geil! Leg Wasser rein! Ich brenne immer noch! Ja, da kann ich ja nicht machen, ich hab kein Wasser! Ne scheiße, ich hab mir noch viel gemacht! So. Fandlos ich hier voll mitnach. Ja, jetzt springe ich noch mal rein! Ich bin wieder an. Da wär eh nichts passiert. Ich stehe in hier ja nach ganz einfach an. Schließende Zeitschmarr moins-Nummer. Weitere haben die nächste. Ehh... Note hier die achter. Ehe, kurz zum Ende. The minecart device gives your motion sickness. As you wipe away from the roommate from your mouth, you take a look around. It seems to be small capsules probably belonging to the man from the cave. The chest contains one piece of dynamite. Perhaps you can use this to blow open the hatchback of the plane. Also, within the chest is a compass. It seems to be attracted to a strange source. North-North. Maybe this leads back to the hatch. Okay. Wäre ich nicht. Wir sollen mit der... Habt ihr das Ding jetzt schon hochgejagt? Soll ich? Nein, 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 nein. Wir sollen mit dem Ding wieder zurückfahren. Hier, ich gebe euch Minecraft. Ja, schon. Aber es gibt keine Booster. Ja, wir gelaufen einfach zurück, schnell, okay? Weil wir sollen damit das Heck des Flugzeugs sprengen. Welches? Ja, das Heck. Ja, das Heck. Ja, das Heck. Da, wo die verschlossene Tür war. Bloß nicht erwartet mal, keine Frage. Anbarnen und Sonnenleit. Oh, ho, 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 ho. Ja. Das heißt, hier, wo bleibt ihr? Bleibst du? Ich bin schon gleich am Flugzeug. Ah, ihr seid einfach durchgelaufen? Ähm, ja, da ist ein Loch in der Wand. Lol. Das ist ein Loch.